Bei einem Gartenfest im Buckingham Palace am Dienstag hat Queen Elizabeth das Verhalten chinesischer Gesandter kommentiert. Ein ungewöhnliches Verhalten der 90-jährigen Queen, die sich normalerweise nie zu derartigen Aussagen hinreißen lässt. Vor ihr stand Commander Lucy Dorsey, die während des Besuchs von Xi Jinping im Oktober in London für die Sicherheit zuständig war. Commander Lucy Dorsey sagt, ich weiß nicht, ob sie es mitbekommen haben, es war eine sehr schwierige Zeit für mich. Die Queen antwortet, ich weiß, darauf Commander Lucy Dorsey, vor allem als sie uns im Lancaster House sitzen ließen. Sie waren sehr unverschämt gegenüber der Botschafterin, sagt die Queen. Das Wort rude heißt so viel wie unhöflich oder unverschämt. Ein Sprecher des Palastes sagte, dass die privaten Gespräche der Queen nicht kommentiert werden würden und betonte, dass der Besuch der Chinesen sehr erfolgreich gewesen sei.